stört mich noch aber ich kann da haben muss sich aber schon ziemlich viel reinklotzen und aufhören oder so ich würde sagen und dann gleich vielleicht jetzt machen nämlich erstmal hier das kann ich ja eh nur tagsüber machen weil so arbeiten wo ich Wand aufreißen also normalerweise zur Weibemodus ganz normal würdig machen keine Bedenken aber das ist hardcore hier da habe ich halt immer Angst dass mich irgendwas von oben suizidmäßig hier rein springt und das wäre jetzt scheiße wenn wir nicht dass ein Creeper ist der einen Impfflug die Sprengung macht und ich dann tot wäre also es wäre dann schon ein MLG Creeper den sich der Würgenkraft hier vorstellt aber vielleicht gibt es ja solche Creeper und weißt es ja nicht äh bis dahin reicht eigentlich auch jetzt hab ich schon wieder Glas verschwindet ein zweier Sachs sollte reichen das muss ich später von außen weg machen äh Stein das ist natürlich jetzt auch scheiße aus noch das ja gut werden wir noch ein bisschen vor uns sagen wir mal so ja das auf jeden Fall weg dann würde ich auch noch ähm die Reihe dahinter auch weit machen wie die hier ja und die äh weiß nicht das sieht dann nochmal scheiße aus mit dem Berg das muss so bleiben glaube ich ja stimmt sonst ist es nicht so naturell genau und so sieht es da einfach aus als würde es ein bisschen vielleicht kann man auch hier den hier noch machen obwohl dann aber dann wird es so von ähm es ist zwar von oben bedeckt aber dann sieht es irgendwie natürlich aus stimmt ja so natürlich auch nicht aber ja von hier aus könnte man es verkraften dass da und das war eine und so ist es in gläser so ähm so sie sagen dir ganz snicker aus so ja so doch brauche ich nur noch mehr Stein ja ich höre schon wieder diesen Enderman ja also ich las gleich die Welt neu alter aber den gibt es wirklich ich sag's dir naja ich höre das ja ich bin ja hier nicht der Einzige das wird ähm hat haben wir auf die Uhr geguckt scheiße egal ähm ähm und vorher noch alle Sachen durchgezählt und dann vergotten äh naja das sieht doch ganz snicker aus das sieht gut aus ähm jetzt habe ich gerade mal einen kleinen Pfeil gemacht ich habe echt einen kleinen Pfeil gerade gemacht und zwar und zwar vielleicht fällt es dir auf ich muss halt hören jetzt habe ich gerade nicht nur jede Menge Stein und jede Menge Arbeit und jede Menge Glas da rein okay so viel Glas war es nur auch nicht aber scheiße Alter oh Gott wir haben oh nein das kommt vom Labern ja wir haben zu viel gelabert man man warum gibt es nicht was wo man das Glas einsammeln kann aber Moment mal das sieht doch auch von außen scheiße aus wenn der Eingang so scheiße hoch wäre ja ich glaube wir müssen den Eingangsbereich doch einen tiefer machen von der Decke her nein jetzt nein ey Alter und gleich überlege ich mir das wieder anders ne ne aber ne Moment ich mach da jetzt erstmal nichts rein ne ist zu gefährlich mach da Erde rein zu gefährlich mach da Erde rein ich überlege jetzt erstmal Moment so pass auf wie wäre es denn wenn wir hier den hier machen hm ja ich guck dir zu und dann gehen wir hier einfach einen höher ab dieser breite ja gut das ist dann wieder eine gute Überlegung nur wir haben dann wieder viel zu viel verschwendet ja so ab da gehen wir dann einen höher da könnte man dann vielleicht wieder ich hole gleich die Stufen von da oben mach das so und dann sagen wir hier ja und dann könnte man Scheiß soll noch rein das wollten wir ja eh alles mit Steinen machen genau das sollte eh überall machen wir den Diorit müsste das sein machen wir da oben noch ganz kurz ab so und 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 so dann gucken wir uns das mal an dann würde ich jetzt hier wieder so Slaps machen ja gut einmal rundherum die Frage ist kann ich das ja aufreißen Alter diese Sonne ähm ja ich glaube das bringt die Figür so ähm gut Alter diese Tastatur ey ne ich habe ich muss mich mal festkleben damit ich beim Spielen nicht immer so mache weil ich sie die ganze Zeit zu mir hin nach hinten hä 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 wo ist der Stein nehm mal den Ofen mit nach oben ich glaube den habe ich gerade komplett rausgenommen kann das sein oh Gott okay okay wir werden sehr viel Steinen für dieses Projekt brauchen vor allem wenn ich mir alle zwei Minuten das wieder anders überlege also ja das 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 ist ja da 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 ja oh aber ja ähm ich bin aggressiv ja ja jetzt geht mal eben von meinem Tisch war ich nicht ist klar so wie gesagt ups äh doch ich hole mir jetzt die Platten hier ganz schnell klack habe ich schon zwei hä 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 da machen wir da eine und da eine wenn man das so rundrum macht kann das gut aussehen kann es das wird gut aussehen ich sag es dir ich also das wir richtig gut aussehen undёт Oh fuck zum Glück kann man die abbauen hm nicht so sieh ey denn weil man so cred wird Außer wenn man eine Schere Behutsamkeit 1 verwendet. Naja, es geht bei Steinen nur schlechter. Da muss man eine Spitzhacke annehmen. Ja, egal. Eine Schere kann eh alles abbauen. Nun weißt du, ich hab das mal damals, hatte ich meine Welt, Leute, da hatte ich eine Spitzhacke auf Behutsamkeit 1 und wollte diesen Mützel haben aus dem Pilzland, damit ich mir Pilze anpflanzen kann bei mir zu Hause. Und weil ich keine Schaufel hatte, habe ich meine Spitzhacke genommen, um Erde abzubauen. Also ne Mützel. Und das ging natürlich, weil da Bewutsamkeit drauf war. Keu, ne? Ja, das ist schon ganz nice. Wenn man sowas... Problem ist, jetzt hab ich wieder so viel. Weißt du, was ich dann mache? Darunter. Und falls ich mal irgendwann wieder was brauchen sollte, man muss ihm einfach nur merken, dass was unterm Eingang liegt. Oder mach es ein Schild. Sonst lebt es unterm Eingang. Und jetzt gehen wir mal eben schnell schlafen, sonst bauen Monstern. Ja, ich... Ja, machen wir das mal. Wir gehen um die Ecke in unser samtweiches Bett. Das blau ist, aber in der Hand rot. Hallo? 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 Gute Nacht, tschüss. Gott. Gute Nacht. Gute Nacht. Au, genau. Aua. Okay, das war nicht zu fest. aber gerade Tagesanbruch, da sieht man so nicht, ich werde schon ganz müde. 1, 2. Hier sollten wir Glas reinhauen, ne? Hab ich richtig verstanden? Ja, hier sollte Glas rein. Die Frage ist nur, ich muss überlegen, wie ich das mache. Ich hoffe, ich schaue auf das gleiche Schrott, aber. Denn der Berg ist ein bisschen anders beschaffen auf dieser Seite, als auf dieser Seite. Ja, weil hier das nicht so mittig macht, obwohl wir am Simit nicht machen. Weil dann geht der Berg so einmal ganz heftig nach links. Ich meine, von Anfang an, also ich hatte ja erst, nach der ersten Aufnahme habe ich mir mal so Gedanken gemacht. Ich habe mir das dann auch nach der Aufnahme nochmal angeguckt. Da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, was genau ich hier hinbauen will. Und da ist mir halt die Idee gekommen, wozu irgendeinen Platz suchen. Wir können doch hier einfach noch hier eine Bergbote bauen. Genau. Und hier hatten wir ja auch schon einen Weg gemacht, ne? So gesagt. Da haben wir doch noch einen. Ah, da haben wir noch einen. Perfekt. Ich habe schon vorgesorgt. Hm, so. Das wusste ich ja. So, den Berg müssten wir eigentlich schon auf einer Seite abreißen, ne? Ja, aber der Berg ist ja auch ziemlich groß. Und ich glaube, die Leute, ich glaube, ich würde gehasst werden, wenn ich anfange, diesen Berg abzutragen. Äh, ein bisschen vom Berg kann man schon... Also, ich glaube, das wird 50.000 Folgen dauern. Wenn man jetzt so ein paar... Ja. Ich habe mal wieder übertrieben. Hm. Hm. Hm, geht. Sieht sowas von scheiße aus. Nein. Ähm, das sieht... Äh, das ist ja noch nicht fertig. Ist ja noch nicht fertig. Ich meine, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ja, hier nichts Falsches. Wir sind ja noch mal in den Umbauarbeiten. Das stimmt. Ähm... Das mache ich mal ganz kurz von außen besser. Das Rohr wächst aber auch schnell. Das stimmt, ne? Also... Okay, hier muss einwandfrei irgendwann Erde drauf. Muss, wie auf der anderen Seite, den Berg anschütten. Mhm. Moment mal. Auf diesem Berg? Heilig... Nein, von da oben holt's nicht ab. Die sind schön. Die sind Dekorationen. Ja, oder da hinten irgendwo. In der Wüste. In der Sahara. Sag mal noch. Da vorne sind ja auch ein paar Bäumchen. Oh ja, hier wurden Krafts. Ähm... Schönen Bäumchen nicht verletzen. So... Dann machen wir den hier. Warte, dann kriege ich das genau identisch in die auf dieser Seite. Drei. Alter, das wird witzig, wenn ich damit anfange. Diesen Berg auf beiden Seiten genau gleich zu bauen. Lass das machen, Alter. Ja. Ja. Nur werden wir dann auch 30 Folgen dran sitzen. Länger. Ähm... Ja. Ähm... Ihr macht das jetzt nicht ernsthaft, nein. Ich würd einfach so ne Höhle dann lassen, sonst würden wir das machen. Ein Herz. Nein. Oh Gott. Haben wir... Wir haben jetzt erst zweimal ein halbes Herz verloren. Und jetzt einmal ein. Das kann doch nicht angehen. Ich will halt auch nicht sprinten unnötig, ne? Ja. wcześniej, ganz schön. Tchan, 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 tschぁ, tschau, tschau. Ja. Ja. O Gott. Ja.